jetzt müsste eigentlich genug licht da sein so hallo manuela hallo wie geht's dir? wir haben gleich feierabend. mir geht's super. feierabend? ich glaube nicht. ich glaube doch. oder? doch nicht? nee wir haben noch einen schweren fall zu lösen. den werden wir auch lösen. ganz gewiss. ja ihr hört es. wir werden noch einen fall lösen und dann... denn es gibt schon mal zu lachen da hinten. der fall heißt, tötet den pianotonmann. wer tötete den pianotonmann? ja so ist das. der kamera-pianomann. an der stelle muss ich jetzt leider das video beenden. und tschüss. hätte sie jetzt noch so einen trösten gehen müssen, juri.